Ja, schönen guten Abend, herzlich willkommen hier zur Pressekonferenz nach dem Bundesligaspiel von Aminia Bielefeld gegen Werder Bremen. Endstand 2 zu 0 für Werder. Hier auf dem Podium neben mir Florian Kohfeldt. Florian, bitte einmal deine Einschätzung zum Spiel heute Abend. Ja, sehr wichtiges Spiel heute für beide Mannschaften hat man gesehen. Erste Halbzeit waren wir schlecht, haben mit dem Ball fast gar nichts zustande gekriegt, sehr mutig von Aminia, mannorientiert uns zugestellt. Konnten wir uns nicht raus befreien. Defensiv haben wir was zugelassen nach Einwürfen, was natürlich auch nicht sein darf, aber ansonsten gab es aus dem Spiel heraus eigentlich fast gar nichts, erste Halbzeit. Dann zweite Halbzeit haben die Jungs das deutlich besser gemacht, haben sich besser freigelaufen. Ich glaube, dass wir dann eigentlich mit jeder oder mit vielen Offensivfraktionen auch gefährlich waren. Treffen dann natürlich auch schnell, das tut uns super gut mit Josh. Kein super tolles Spiel für uns Aminia. Insgesamt, glaube ich, in Summe über 90 Minuten die leicht bessere Mannschaft. Auch mit der einen oder anderen Torchance natürlich. Und deshalb sind wir sehr, sehr froh, dass wir die Punkte heute mitnehmen. Es war ein absolutes, ja, wichtiges Spiel für uns. Das hat man beiden Mannschaften, glaube ich, angemerkt. Uns hat die Lockerheit so ein bisschen gefehlt, heute auch zu spielen. Und deshalb bin ich sehr glücklich mit dem Sieg, der, ja, der auch, ja, deshalb Aminia ein bisschen besser. Deshalb kann ich nicht von einem absolut verdienten Sieg sprechen. Aber wir sind natürlich sehr, sehr froh über den Sieg. Danke. Ja, vielen Dank, Florian. Es gibt eine Frage, und zwar von Stefan Schiffner von Radio Bremen. Die lautet, wie groß ist die Freude über den Sieg und den damit verbundenen Elf-Punkte-Vorsprung auf die Abstiegszone? Die Freude über den Sieg ist sehr, sehr groß. Ich habe es ja vorher gesagt, das ist ein Spiel, wo nur Aminia und wir punkten können, weil alle anderen heute nicht spielen. Es war ein Nachholspiel. Wir wollten den Abstand so erhöhen, dass wir so drei bis vier Spieltage Abstand haben sozusagen auf die nächsten Mannschaften. Das ist uns gelungen, aber das wird noch nicht reichen zum Klassenerhalt. Dementsprechend müssen wir weiter Punkte sammeln, um sicher in der Liga zu bleiben, sehr konzentriert bleiben, weil jetzt kommen die Top-Mannschaften der Liga. Da wollen wir auch weiter Punkte sammeln. Das haben wir vor zwei Spieltagen gegen Eintracht gezeigt, dass wir das auch können. Aber dafür müssen wir ans Limit oder vielleicht drüber hinaus. Und genau das ist unsere Aufgabe der nächsten Wochen. Da es sonst keine weiteren Fragen mehr gibt, Florian D., vielen Dank. Danke auch. Einen schönen Abend. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao. Herzlich willkommen zum abschließenden Teil der Pressekonferenz nach der Partie des DSC Aminian Bielefeld gegen Werder Bremen. Ich grüße herzlich unseren Trainer Frank Kramer und ich bitte um deinen Kommentar. Ja, hallo zusammen. Es ist natürlich eine wirklich schwere Pille, die wir da zu schlucken haben. Ich glaube, dass die Mannschaft das vor allem in der ersten Halbzeit, aber auch über die ganze Spielzeit gegen einen sehr unangenehmen Gegner sehr, sehr gut gemacht hat. Hat sich allerdings nicht dafür belohnt. Ich glaube, 26 zu 5 Torschüsse allein, 9 zu 0 Ecken. Das zeigt schon, wie die Situation auf dem Feld ausgesehen hat. Aber es hat einfach der letzte Punch gefehlt. Und gegen so eine Mannschaft ist es dann natürlich auch schwer, alles zu verhindern. Und die zwei Situationen, die wir dann nicht in den Griff bekommen haben, wo sie dann in unseren Rücken kommen, die waren zum einen gut gespielt und zum anderen war es nicht ganz präzise verteidigt. Und das reicht dann manchmal schon. Und da kam dann heute alles zusammen, muss man wirklich sagen. Auch unglücklich, wie das erste Tor dann trotzdem noch fällt. Der Amos versucht zu retten, was zu retten ist. Fest den Ball so unglücklich gehabt, dass er noch oben drüber geht. Heute kam vieles zusammen. Das müssen wir natürlich heute Abend erstmal schlucken. Aber ich glaube, die Mannschaft tut gut daran und wir alle tun gut daran, da auch Positives mitzunehmen und zu sagen, wenn wir einmal so verlieren, dann ist es wirklich auch unglücklich. Das muss man echt sagen. Aber öfter passiert es nicht, wenn wir so dran sind und Gegner so schon haben. Denn dann müssen wir zubeißen und müssen uns die Punkte ziehen und das ist auch möglich. Vielen Dank, Frank. Jetzt kommen wir zu den Fragen. Philipp Kreuzer für die Neue Westfälische. Herr Kramer, wie beurteilen Sie die Szene, die zum Platzverweis für den Medina führte, berechtigt oder nicht? Ja, zunächst mal ist es natürlich ein Zweikampf. Es ist ein Kampf um den Ball, also nichts anderes. Der Norton trifft ihn unglücklich in dieser Situation, das ist richtig, trifft aber auch den Ball. Der Schiedsrichter war sehr nah dran, er hat unheimlich viel Erfahrung mit Markus Schmidt, hat dann sofort auf gelbe Karte entschieden. Da fällt mir jetzt kein Grund ein, warum man dann von außen eingreifen muss und sagen muss, das ist eine rote Karte. Du musst dir das nochmal angucken. Von dem her, auch da, es kam heute alles zusammen und das war eine Entscheidung, die sich ja gegen uns gelaufen ist. Nochmal, bei so viel Erfahrung und bei so einer guten Einordnung, weil die Distanz zum Zweikampf sehr nah war, da würde ich nie von einer klaren Fehlentscheidung sprechen. Ich glaube, mit der gelben Karte, da hätten alle leben können. Übrigens hat auch niemand von Werder Bremen eine rote Karte gefordert. Da gibt es noch eine Nachfrage. Wie zufrieden sind Sie mit der Leistung der ersten Halbzeit und was hat Ihrer Mannschaft in der zweiten Hälfte vermissen lassen? Naja, also nochmal, wir müssen uns auch so ein kleines bisschen, ja, Leistung, die Leistung war gut, aber wir können deswegen trotzdem nicht zufrieden sein, weil der Halbzeitstand war halt 0 zu 0. Und wenn du eine sehr gute Leistung bringst, dann hast du die Nase vorne und gehst in die zweite Halbzeit. Also wir müssen halt schon auch dann das Ergebnis so stellen, wie das Spiel war. Und dazu brauchen wir den Biss vorm Tor und den Punch. Und das haben wir eben nicht geschafft. In der zweiten Halbzeit, klar, da kommst du raus, dann kriegst du schnell das 1-0. Der Gegner sortiert sich neu. Und du musst dich auch ein bisschen schütteln, das gehört auch mit dazu. Aber dann, glaube ich schon, haben wir nachgesetzt und selbst in Unterzahl, wo wir doch eine ganze Zeit lang verbringen mussten, hat man eigentlich mehr das Gefühl gehabt, dass wir da nochmal rankommen und vielleicht noch eine Chance kriegen, auch wenn es 2-0 dazwischen kam. Dirk Schuster vom Westfalenblatt fragt, was hat Sie bewogen, Fabian Kloß zunächst draußen zu lassen? Und würden Sie die Entscheidung im Nachhinein wieder so treffen? Der Fabian und ich hatten einen sehr guten Austausch. Wir haben ein längeres Gespräch auch geführt, in dem ich ihm eben auch gesagt habe, dass es eine brutale Intensität ist, die wir gehen müssen. Und davon bin ich total überzeugt, dass wir gehen müssen. Das hat man heute gesehen. So kommen wir zu Möglichkeiten, zu Abschlusssituationen. Das ist natürlich für die Stürmer nicht immer ganz dankbar, muss man sagen. Stürmer sind Spielentscheider. Wenn die natürlich für die Mannschaft derart intensiv gehen müssen, wie wir das am Sonntag tun mussten und jedes Spiel gehen müssen, dann bleiben da natürlich viele Körner auf der Strecke. Ich habe auch zu Fabi gesagt, Fabi, du bist ein Spielentscheider und ein Spiel kann in 20 Sekunden entschieden werden. Manchmal in 5 Minuten, in 10 Minuten oder auch in einer halben Stunde. Und wir brauchen dich dann voll da, wenn es was abzuholen gibt. Und übrigens, das wäre noch fast aufgegangen, weil der Fabi hat ja wirklich zwei gute Situationen auch gehabt. Und als er kam, war er voll da und hat gezeigt, dass er eben dann in dieser Zeit echt was bewegen kann. Und das hat der Mannschaft geholfen. Und hätte man gescored, dann wäre der Plan noch vollends aufgegangen. Und deshalb muss ich ehrlich sagen, würde ich es genauso wieder machen, weil in jedem Spiel als Stürmer diese Wege zu machen, diese Sprints zu machen, das ist fast unmöglich, um gleichzeitig Spielentscheider zu sein. Michael Richter vom Kicker fragt, Was lässt Sie trotz des Tiefschlags optimistisch auf die nächste Partie in Leverkusen in den weiteren Saisonverlauf blicken? Wir alle wissen, dass in Leverkusen eine große Aufgabe für uns ist. Wir sind einfach eine Top-Mannschaft. Und wir wissen, dass wir da eine ganz, ganz harte Nuss zu knacken haben und eine ganz schwierige Aufgabe. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich alles tun. Und das ist auch das Ziel, dass wir nach Leverkusen fahren. Und mit dem, was wir alles reinwerfen können, dort was Zählbares mitnehmen. Ganz klar. Und was mich positiv stimmt, ist, dass wir im letzten Spiel schon defensiv sehr gut gestanden sind und gut gearbeitet haben, sehr intensiv gearbeitet haben. Wir haben heute wieder sehr intensiv gearbeitet, haben gut gearbeitet, hatten aber deutlich mehr Möglichkeiten rausgespielt und Abschlüsse. Und jetzt wäre der dritte Schritt, dass wir das dann auch zu Ende bringen und eben entsprechend uns belohnen dafür. Das stimmt mich sehr positiv. Und ja, deswegen lassen wir uns jetzt unterkriegen, auch wenn es heute wirklich hart ist, das zu schlucken, das Ergebnis. Aber wir werden wieder aufstehen und werden dagegen angehen. Nikolaj Huland von der DPR hat die letzte Frage. Was haben Sie mit Florian Kohlfeldt nach dem Spiel besprochen? Hat er Ihnen Tipps für den erfolgreichen Abschließkampf gegeben? Also das ist ein Austausch zwischen Trainern. Das ist immer irgendwo auch so ein bisschen kameradschaftlich, auch wenn wir Gegner sind und man sich selbst die Punkte natürlich wünscht und seiner Truppe, das ist ganz klar. Dennoch ist es halt eine ganz normale Gepflogenheit, dass man vernünftig miteinander redet, das eine oder andere auch zum Spiel analysiert. Und ja, aber auf das bin ich nicht gekommen. Ich werde den Flo dann nochmal anrufen und werde ihn dann nochmal fragen, weil er hat das ganze letztes Jahr mit seiner Truppe durchgestanden und hat es geschafft. Und nach dem Spiel jetzt heute, vielleicht kriegen wir doch nochmal noch den einen oder anderen Tipp. Wie gesagt, die Bremer haben das letztes Jahr durchgestanden und das ist unsere Aufgabe dieses Jahr. Vielen Dank, das waren die Fragen. Dann trotz allem einen schönen Abend noch und dann sehen wir uns bald wieder in der Schüchorin. Auf Wiedersehen.